Lala, Evolutionstheorie zerschlagen für die Schlauen unter euch. Okay, da bin ich die. Sieben Minuten, die gönne ich mir. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir zerstören heute die Evolutionstheorie. Theorie, die im Unterricht aber als Waren gepriesen wird und die jeder Schüler irgendwie glauben muss, obwohl es eine Theorie ist von Charles Darwin. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, als die mir da diese Evolutionstheorie damals in der Schule erklärt haben, dachte ich auch, viel realistischer ist doch, dass die Frau aus meiner Rippe geschnitten worden ist. Also jetzt mal rein vom logischen Denken. Wenn man rein logisch an die Sache rangeht, wie soll denn da irgendwie einen Knall dafür gesorgt haben, dass auf einmal, und dann kommen wir auch angeblich, angeblich stammen wir ja von anderen Tieren ab. Angeblich. Ne. Jesus Christus hat mich geformt, aus Play-Doh-Knete, und dann dachte ich, mir ist langweilig, und die Küche ist nicht sauber, und dann habe ich mir eine Frau aus der Rippe geschnitten. Das ist sehr viel realistischer. Das halte ich für, wahrscheinlich. Dir geht's heute und werden Sie in fünf Punkten zerstören. Um Tofu-Tier oder was? Sicher nicht. Sicher nicht. Nicht in meiner Lebensrealität. Aber ich finde gut, Kirche U30, ich bin über 30. Ich bin über 30. Harkon, du bist U30. Ü30, für uns ist das nicht. Ist für U30. Ja. Kleine Warnung, ihr habt den Titel gesehen. Dieses Video ist für sehr intelligente Menschen. Du bist intelligent, deswegen lass uns weitermachen. Ich glaube nicht, dass du da so zufrieden mit sein wirst, was ich dir jetzt gleich sage. Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren. Mach die Glocke an, weil dann wirst du benachrichtigt bei unserem nächsten Video. In unserem nächsten Video geht's nicht. Und auch, wenn der Papst gewählt worden ist. Das hat auch Vorteile, wenn man auf dem Kanal die Glocke aktiviert ist, wirst du auch direkt informiert, wenn neuer Papst. Wenn's klingelt, sag neuer Papst. Nämlich darum kannst du ein Christ sein und nicht in eine Kirche oder eine Gemeinde gehen. Und du bist am 1. September benachrichtigt. Weil uns doch einige Menschen oft kritisieren für unsere Quellenangaben, für blablabla, haben wir uns entschieden, in dem Video jetzt einige Wissenschaftler zu nennen, die alle sehr schlau sind. Schlauer als ich? Ich weiß, ich bezweifle es auch. Aber es sind sehr schlaue, intelligente Menschen aus Genetik, Biochemie und ein paar andere. Das Video wird ungefähr 5-6 Minuten gehen. Genetik ist für mich Blasphemie. Und also heißt nicht, ich sage das, sondern diese sehr intelligenten Menschen aus der ganzen Welt sagen das. Oh, die... Deswegen ist das Video ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, du schnallst dich an. Lass get started. Bruder, ich bin sehr gespannt, welchen wilden Ritt ich jetzt gleich erleben werde, aber... Also wenn du denkst, in einem 7-Minuten-YouTube-Video als Christen-YouTuber Charles Darwin widerlegen zu können, das ist schon mutig. Also das Selbstbewusstsein, das kann ich schon appreciaten, muss ich sagen. Äh, let's get started. Okay, Punkt Nummer 1. Wir fangen an mit der Genetik. Zufällige Mutationen schaden den Organismen und führen nicht zu höherer Komplexität. In der Evolutionstheorie von Darwin, die beruht auf zufälligen Mutationen. Und diese Mutationen entstehen durch einen blinden und einen ungerichteten Prozess, der keinen langfristigen Ziel hat. So ein zufälliger und ungerichtiger Prozess neigt dazu, Organismen, wie wir auch einer sind, zu schädigen und nicht sie zu verbessern. Und erhöht auch nicht ihre Komplexität. Eine der führenden Genetikerinnen, Lynn Maggulis, sie ist Mitglied der Nationalen Akademie... Ich sehe schon, das Video ist für die richtig Schlauen. Dieses Video ist für die richtigen Intelligenzbolzen. ...Akademie der Wissenschaften in den USA, die hat gesagt, neue Mutationen schaffen keine neuen Arten. Sie schaffen Nachkommen, die beeinträchtigt sind. Auch der ehemalige Präsident der französischen Akademie der Wissenschaften, Pierre-Paul Grasse, das E-Web schon weglassen, aber Grand, ist... Keine Ahnung. ...stellt... ...ein Video für die scharfen Züngler und Linguisten unter euch. ...fest, dass Mutationen eine sehr begrenzte, konstruktive Kapazität haben, weil Motivationen... Motivationen... ...weil Mutationen, so zahlreich sie auch sein mögen, keine Art von Evolution hervorbringen. Nach den Forschungen des Biologen Ralf Selke von der Universität Wisconsin können Mutationen, Merkmale in Bakterien zerbrechen, aber sie können nicht einmal bescheidene, komplexe Merkmale wieder zusammensetzen. Genauso hat der Biochemiker Michael Benne und der Physiker David Snog in der Zeitschrift Protein Science Forschungsarbeiten veröffentlicht, die zeigen, dass selbst einfache biochemische Merkmale wie Protein-Protein-Interaktion nicht durch zufällige Mutationen aufgebaut werden können. Okay, haben wir über Genetik gesprochen, kommen wir... Ich habe kein Wort verstanden, Alter. Ich habe weder verstanden, was du mir sagen wolltest, ich dachte, das ist für sehr intelligente Menschen. Ich habe nichts über die Methodik herausgefunden, ich habe nichts darüber herausgefunden, welchen Punkt du damit machen möchtest. Du hast literally einfach wahrscheinlich von zwei alternativen Wissenschaftszeiten zwei Absätze vorgelesen. 90% der Worte, die er benutzt hat, hat er selber nicht verstanden. Ja, Juni ist nicht nur das, der konnte ja auch gut 40% der Worte nicht aussprechen. Wir gehen zur Biochemie. Zufällige und ungerichtete Prozesse scheinen nicht in der Lage zu sein, zelluläre Komplexität zu erzeugen. Was heißt das denn? Kann er mir das mal erklären in einem Satz? Der Siebert mir eben schon erklärt, zelluläre Komplexität meint, dass er eine Zelle komplex ist. Ne? Ach so, ja dann! Unsere Zellen, hier seht ihr so ein Bild von so einer Zelle. Nein, nicht eine Gefängniszelle, das ist eine Zelle. Unsere Zellen haben eine unglaubliche Komplexität. Sie sind wie so Minifabriken, das habt ihr vielleicht in Bio auch gelernt, die sogar eine Art von Maschinentechnologie verwenden. Aber die Komplexität und Effizienz von allem, was wir Menschen produzieren, in den Schatten stellen. Das ist keine Zelle. Zellen verwenden zum Beispiel Miniatur-Schaltkreise, Motoren, Rückkopplungsschleifen, kodierte Sprache und sogar Maschinen zur Fehlerüberprüfung. Wie McAfee. Ne, die zum Beispiel DNA entschlüsseln und reparieren können. Der Biochemiker Franklin Harnold sagt, gegenwärtig gibt es keinen detaillierten darwinistischen Bericht über die Evolution irgendeines Biochemischen oder Wenn er jetzt noch ein Gespräch mit dem gelernten Schlachter anfängt und sich eine Meinung von Detlef der SOS da einholt, hab ich echt alles gesehen. Ja. Der zellulären Systems, sondern nur eine Vielzahl von Wunschspekulationen. Auch der Bioingenieur Douglas Akes, der hat im Journal Molecular Biology und an anderen Stellen arbeiten veröffentlicht, die zeigen, dass Aminosäuren-Sequenzen, die funktionelle Proteinverfalten ergeben, zu selten sind. Haben wir hier etwa den christlichen Nike schreibt Kaki gefunden? Was macht der Knabe beruflich? Minderjährige Groom, glaube ich. Aber. Ja? Wo gibt es dieses Kirchen-W-Protein? Durch darwinistische Prozesse erzeugt zu werden. Punkt Nummer 3, kommen wir zu etwas. Moment mal, welchen Punkt, was willst du mir nicht sagen? Punkt Nummer 2 war jetzt also, viele Biologinnen sind der Meinung, dass wir Biologie nur nicht fertig erforscht haben. Aber was willst du denn jetzt damit sagen? Das neueste Video ist so wild, wo er über seinen neuen Film redet. Jetzt geht es immer noch über ihn oder geht es um Polytopia? Punkt Nummer 3, kommen wir zuerst. Was man ein bisschen mehr anfassen kann, zur Paläontologie. Die Fossilienfunde zeigen ein abruptes Aussehen und es fehlen im Allgemeinen Zwischenfossilien. Das allgemeine Muster von dem Fossilienbestand ist ein... Jede Zelle meines Körpers mag nicht mehr, ja. Der Typ hat tatsächlich einen Film gemacht. The World Enslaved by a Virus. Das ist nicht euer Scheißernst. Muster von abrupten Explosionen. Kriege ich da eine Watchparty, das kannst du bei dir machen. Jeder meiner Oberstufenschilder zerlegt seine Argumente im Tiefschlaf. Ich kriege Blutdruck. Also, ich will dir mal eins sagen. Es ist ja schön, dass du selbstbewusst deinen SchülerInnen gegenüber bist, aber wenn jemand wie ich in deiner Klasse ist, dann wird er den nicht im Tiefschlaf zerlegen, sondern der wäre im Tiefschlaf, wenn du anfängst zu reden. Ich finde es ja toll, wie begeistert immer naturwissenschaftliche LehrerInnen sind. Die sind ja meistens immer echt begeistert. Oh, schau dir das an, das ist so toll, aber da kriegst du mich halt nicht mit. Hättest du mir gezeigt, wie ich einen vernünftigen Molli zusammenzwirbel fürs Wochenende, dann hätte ich zugehört. Aber doch nicht. Neuer biologischer Formen und mögliche Kandidaten für evolutionäre Übergänge sind die wenige Ausnahme, nicht die Regel. Karl sieht aus, als würde er das erste Mal ein ferngesteuertes Auto fahren und dann selbst zusammenbauen wollen. Den Satz verstehe ich noch nicht mal. Du sollst doch nicht den ganzen Vormittag Klubertwins gucken und dir Substanzen in die Welt durch eine Reihe von Zwischenproduktionen und Vorfahren verbunden sind. Was ja based wäre. Bei einigen ist das wahrscheinlich based, ja das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber man muss ja auch immer auf die Resultate schauen, ne. Wie in der Biochemie. In ähnlicher Weise stellt ein zoologisches Lehrbuch fest. Der kann doch nicht mal Zoologie aussprechen, ohne sich da eins zusammenzustottern. Was ist denn? Und der will jetzt hier Charles Darwin widerlegen, oder was? Das heißt, dass viele Arten über Millionen von Jahren praktisch unverändert blieben und dann plötzlich ganz verschwinden, um durch eine ganz andere, aber verwandte Form ersetzt zu werden. Darüber hinaus tauchen die meisten größeren Tiergruppen plötzlich in den Fossilienaufnahmen auf. Vollständig ausgebildet und ohne, dass bisher Fossilien entdeckt wurden, die einen Übergang von ihren Elterngruppen bilden. Dieses Muster steht im Gegensatz zu dem, was man von der darwinistischen Evolution erwarten würde. Und er möchte jetzt sagen, dass diese Zwischenschritte nicht existieren, weil es sie nicht gab, sondern weil Gott irgendwann gesagt hat, okay, genug mit T-Rex, jetzt ist der Nächste dran. Oder wie? Kannst du bitte wieder mit dem Schlachter reden? Trotz DNA-Entdeckungen gelingt es den Biologen nicht, Darwins Baum, hier seht ihr ihn des Lebens, zu rekonstruieren. Die Biologen hofften, dass der DNA-Beweis einen großen Baum des Lebens enthüllen würde, in denen alle Organismen eindeutig verwandt sind. Aber das ist nicht der Fall. Der bedeutende Mikrobiologe Karl Wazese erklärte, Fossilien sind so selten, wir haben nicht mal ein Millionstel der ausgestorbenen Arten als Fossilien gefunden. Guck mal, du darfst doch nicht vergessen, Kim Wassersummi, ich weiß, dass du Schulmediziner bist, du bist Schulpädagoge und du hast auch ein Problem damit, wenn auch mal ein bisschen alternativ gedacht wird. Aber, wenn wir doch jetzt wirklich so viel noch nicht erforscht hätten und noch nicht gefunden hätten, dann wäre ja beispielsweise auch, keine Ahnung, so 80, 90 Prozent der Tiefsee noch nicht erforscht und so. Also da wären wir dann auch noch nicht gewesen, was ja Unsinn ist. Ich habe schon mal in der Nordsee geschwommen zum Beispiel. Jebus machte aus Wasser. Wein. Er machte aus Muttis Küchentisch. Bermuda-Schorts. Darauf kam nicht mal ich. Caligru. Einer von einer Milliarden Knochen wird statistisch zum... Ich glaube nicht an Statistik. ...dass solche hylogentischen Konflikte überall im universellen Baum zu sehen sind. Von seinen Wurzeln bis zu den Hauptverzweigungen innerhalb und zwischen den verschiedenen Taxa. Ich glaube nicht an Knochen mehr. Ja. Bis zur Zusammensetzung der primären Gruppierungen selbst. Das ist ein Zitat. Das bedeutet, dass wir keine gemeinsame Abstammung haben. Und dass die Hypothese, dass alle Organismen gleiche Vorfahren haben, ver... Ähnliches Outfit ja, aber Jeremy Fregons ist argumentativ stärker als der Klapsmichel. Das stimmt, ja. Der Holzmichel hier, der ist wirklich... Der Holzmichel hier ist wirklich nicht sehr überzeugend. Aber das liegt aber auch daran, guck mal, wenn er ein Video für sehr intelligente Menschen macht und dann sagt, und das nächste... Das nächste Alument kommt aus der... Solololi... Solologie. So, dann... Dann fragst du dich ja, okay, jetzt mal bei allem mir zur Verfügung stehenden Respekt. Was willst du eigentlich von mir? Ja? Falsch ist. Das heißt, Darwin, sorry, that's wrong. Kommen wir zu unserem fünften und letzten Punkt, der Chemie. Der chemische Ursprung des Lebens bleibt ein ungelöstes Rätsel. Richtig. Alle existierenden Theorien, Theorien der chemischen Evolution stehen vor einem großen Problem. Craig Easterbrook hat kürzlich in der Zeitschrift Wired kommentiert, Wasser schafft Leben aus den unbelebten Verbindungen, aus denen Lebewesen bestehen. Die Antwort ist Gott. Niemand weiß es. Wie wurden die ersten Organismen zusammengesetzt? Die Natur hat uns nicht den geringsten Hinweis gegeben. Wenn überhaupt, dann hat sich das Rätsel mit der Zeit vertieft. Auch der Evolutionsbiologe Mosimio Piklucki sagt, wir haben wirklich keine Ahnung, wie das Leben auf der Erde zustande gekommen ist. Unsere Quelle für 80% der ganzen Aussagen, die ihr eben gehört habt, ist das Institut der Entdeckung USA. Also bedanke ich. Das ist eine... Also da muss ich wirklich sagen, von allen Quellenangaben, die ich bislang auf YouTube gesehen habe, ist das die witzigste. Alle Aussagen, die wir hier gesagt haben, stammen zu 80% von der Institute USA. Also da muss man auch erstmal irgendwie auf den Gedanken kommen, dass das eine gute Idee ist. Dankeschön bei denen für das komplizierte Video. Also es war jetzt wirklich nicht so kompliziert, aber es war ziemlich... Also jetzt muss ich aber... Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, welchen... Welchen Film macht er denn jetzt hier? Weil William Dyer ist anscheinend ein Connisseur. Da will ich mal! Bis zum nächsten Mal.